Ja, es geht los, es geht los, Christian ist da, uh, so, und, äh, da liegt ein dickes Stück Eisen. Die Bandsäge ist da. Wir fangen jetzt an, die Ambosse zu bauen. Ähm, erste Belastungsprobe für die GCB 18 Vli-Bandsäge. Mal gucken, ob wir da den Stahl mitschneiden können. Eines steht fest, der Gabelzinken ist 15 cm breit und 5 cm stark. Von der Stärke her kommen wir mit der Säge durch, allerdings kommen wir nicht über die ganzen 15 cm. Aber es geht jetzt auch erstmal darum, kann diese Bandsäge diesen dicken Vergütungsstahl schneiden? Ähm, nicht ganz durch, den Rest macht dann die große Bandsäge, aber die ersten Schnitte machen wir natürlich mit der kleinen Bandsäge, weil ich will wissen, was kann diese kleine Bandsäge, kann die so dicken Stahl schneiden? Ähm, maximale Schnippreite 63,5 mm und, ähm, da müssen 50 mm ja überhaupt gar kein Problem sein. Probieren wir einfach mal aus. Los geht's! Dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Das Schöne ist, dass der Arbeitsflicht von oben kommt. Was? Von oben kommt. Ja, ja, mit dem Arbeitsflicht von oben kommt, den kann man so dicken auch stehen gehen. Erstmal jetzt auf der Linie, dass ich einmal so schalte aus. Ich dachte, ihr habt auch nicht zu verinen. Und dann aber auch die Bandsäge. Nichts? Ja, ja. Ich dachte, ihr habt ihr achtmal ein bisschen schalte. Ne, das sieht gut aus. Kannst du mal versuchen mit der Kamera ein bisschen näher ranzukommen. Also selbst dieser Vergibungsstahl scheint kein großer Gegner zu sein. Das muss ich nicht tun. Also wir konnten wenig nach unten. Das ist ein gutes Zeichen, ne? Man merkt natürlich schon, ne? Das zieht ordentlich an der Leistung. Das gleiche ist hier auch. Gut, meine Handführungsqualitäten sind anscheinend nicht die besten. Da sieht man jetzt, da noch einen kleinen Schlawenzel drin, ne? Gerade kann jeder. Gerade kann jeder. Ist auch vollkommen überbewertet. So, mal messen. Für heute sind wir jetzt drin. 6,5. 6,6 cm. Also wäre die Gabel jetzt nur 13 cm breit, würden wir fast durchkommen. Das ist vom Prinzip her gar nicht so verkehrt. Also stellen wir fest, Vergütungsstahl. Kein großer Gegner. Wir haben jetzt trocken geschnitten. Und jetzt mal fühlen. Was mich jetzt mal interessiert. Durch die Handschuhe merkt man das nicht so. Motor. Handwarm. Sägeblatt. Verhältnismäßig. Geht. Auch handwarm. Das geht. Also ist jetzt keine große Belastung gewesen. Die Zähne sehen in Ordnung aus. Trockenschnitt geeignet. Definitiv. Na? Also das ist, auch wenn das jetzt Vergütungsstahl ist. Der ist jetzt ja nicht besonders hart. Aber er ist zäh. Ist kein großer Gegner. Also. Definitiv. 5 cm starkes Vollmaterial. Vergütungsstahl. Was wirklich eine zähe Scheiße ist. Für dieses kleine Biest überhaupt gar kein Problem. Mal gucken was der Akku sagt. Hat immer noch drei Balken. Theoretisch können wir es komplett durchsägen. Den Rest machen wir aber in einer großen Bandsäge. Damit wir in einem Schnitt durchkommen. So. Das kann man jetzt wunderbar die Unterschiede sehen. Das hat die Handbandsäge gemacht. Das hat die große Bandsäge gemacht. Ähm. Dieser Schnitt hat aber auch dreimal so lange gedauert. Wie dieser Schnitt. Ähm. Liegt vielleicht auch daran, dass das Sägeband in der großen Bandsäge mittlerweile auch ein bisschen stumpf ist. So. Und dann haben wir den Tisch wieder drauf gesetzt. Und dann haben wir die große Bandsäge mal ein bisschen gequillt. Und haben die Aufnahme von dem Rücken runter geschnitten. Ging. Hat ungefähr zehn Minuten gedauert. Aber dann kann man mal sehen, wie das Ganze verschweißt wurde. Und ähm. Jetzt haben wir die Unterseite zumindest auch schon mal planen. So gut wie. Und das kann dann der Unterbau darauf aufgebaut werden. So. Und was bei einem Amboss ja später nicht unbedingt äh. Äh. Was ja viele Leute denken, ist ja, dass der Klang wichtig ist bei einem Amboss. Was aber viel wichtiger ist, ist äh. Der Rückschlag, den er gibt. Ne. Im Englischen spricht man vom Rebound. So. Wollen wir mal gucken. Man fasst den Hammer locker an und lässt ihn einfach mal drauf fallen. Und das ist sehr gut. Also er geht Kraft zurück. Und das zeugt schon davon, dass der Vergütungsstahl eine sehr gute Basis für den Amboss ist. Und das war es eigentlich auch schon mit dem allerersten Teil vom Amboss Bauprojekt. Weil weiter komme ich heute nicht. Ich muss jetzt noch ein bisschen Eisen besorgen. Beziehungsweise müssen die Tage noch mal zu Christian hinfahren. Der hat noch ein bisschen Eisen von der Gabel liegen. Da schneide ich mir noch ein paar Stücke von ab. Und dann geht es dann an die Schleif- und Schweißarbeiten. Das werdet ihr dann in dem nächsten Video sehen. Und dazu muss ich dann die Elektroden eben noch in den Heizungsraum packen, dass sie dann noch schön trocknen können. Und dann fangen wir dann an, den Aufbau des Ambosses zu machen. Und dann wird es, denke ich mal, auch noch sehr spannend. Das waren jetzt aber erstmal die Bandsiege bearbeiten soweit. Ja, also es ist jetzt mit dem fehlenden Material, was da noch kommt, das ist jetzt nicht so spannend. Also da brauche ich jetzt nicht Videos machen, wie ich jetzt die einzelnen Metallteile da zurechtschneide. Das ist nicht so spannend. Spannend wird dann später das Zusammenpuzzeln, das Verschweißen, das Warmhalten, das Vorerwärmen, das Nacherwärmen. Dann muss ich irgendwie noch gucken, dass ich mir irgendwie noch ein paar Säcke Sand besorge. Weil, wenn das ganze Stück dann nämlich fertig geschweißt ist, muss ich das fertige, den Amboss, wenn er fertig geschweißt ist, das muss ich auch gucken, dass ich das in einem Stück durchgeschweißt kriege. Dann in einen großen Bottich oder in eine Schubkarre mit Sand packen, dass dann die Wärme langsam, also dass der Amboss ganz langsam abkühlen kann, damit da keine Spannungsrisse entstehen. Und dann mal schauen. Ja, soweit dazu. Das wär's. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.